Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in Minecraft Eis abbauen kann. Eis findet man in diesen schönen Schneebiomen und mit der Hand kann man Eisblöcke kaputt machen, aber es kommt leider kein gedropptes Item. Mit einer normalen Spitzhacke geht es etwas schneller, sie abzubauen, aber man bekommt auch keine Items. Dafür braucht ihr nämlich eine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Das sieht man hier in der Mitte. Und dann geht's. Wenn man jetzt hier zum Beispiel klopft, kriegt man Eis. Ja, das war's auch eigentlich von... oder nee, warte. Warte. Diese Behutsamkeitsspitzhacken bekommt ihr, indem ihr einen Verzauberungstisch mit diesen Bücherregalen umstellt und dann mit Level 30 verzaubert. Dann bekommt ihr diese Behutsamkeitsspitzhacken. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und ja, tschüss.